Ich habe so viele tolle Momente erlebt mit euch und auch heute so viele schöne Proporte bekommen von euch und euren Eltern. Das ist mein Dankeschön. Also mir geht gerade der Popo auf Brundeis so ein bisschen, aber für euch mache ich das. Ihr kennt das, aber ich habe es umgedichtet auf euch. Toll, meine Fußlehrer. Okay. Ich schmeiße mein Schliff auf. Hey, 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 hey. Ich werde euch nie vergessen, lasst doch hochlich wissen, wenn ihr mal hier seid. Du gehst mir vor, an einen anderen wichtigen Ort, ich hoffe, euch würden gehen, viele werden euch beispielen, in der Krieg wird es sein. Hey, das war doch hoch! Hey, es war nicht immer leid und trotzdem hat es für die meisten gereicht. Wir haben nicht immer leid gemacht und trotzdem haben wir viel gelacht in den letzten Jahren. Ich mag euch sehr, nur das zu sagen, das geht mir nicht schwer Ich glaub an euch und euren Willen, euren Willens bis lang zu stehen Willst du die Frage? Hier ist der 1, der so viel gerne meint Ich hoffe, alles wird gut, da muss man euch jetzt mal vergehen Hier ist der 1, ihr wart die ganze Meinung Da habt ihr mich nur um zu feiern, heute Nacht Wir haben jetzt mal in der Schule über Nacht In Norden sind sie aufeinander garantiert, vor dem Haus, die Kleidung, die Stiegen, wir kommen viel, aber vor allem Siegen. Ich werde euch vermissen, bis eine Sache in meinem Herzen ist, ihr werdet auch bald wissen, wie seid ihr war doch groß. TZNR1, ihr wart vier Jahre, meint sich, ob es alles wird gut, da wo es für euch jetzt weitergeht. TZNR1, ihr wart vier Jahre, meint sich, ob es alles wird gut, da wo es für euch jetzt weitergeht. TZNR1, ihr wart vier Jahre, meint sich, ob es alles wird gut, da wo es für euch jetzt weitergeht.